warte mal wo genau müssen wir müssen wir hin für den hier wir sind hier so einfach hier raus durch und dann nach unten dann los aus dem weg so was haben wir hier noch mal auch die mord gaudi die machen wir auch auf jeden fall noch als allererstes will ich jetzt den da hinten hier machen hier unten irgendwo müsste der sein irgendwo hier komme ich da überhaupt hin anscheinend nicht da gibt es irgendwie einen anderen weg rein keine ahnung keine ahnung wie ich da jetzt hinkomme versuch mal vielleicht von außerhalb du müsstest doch irgendwo bestimmt gehen so hier geht es raus humankind's greatest lie stop the conspiracy earth is round hier haben wir ein katapult moment mal immer was ausprobieren nein komm geht drauf ja komm ja nein komm ein bisschen zurück ja dann müsste ich funktioniert anscheinend nicht hier ist aber dann hier ist der eingang das entfährt läufer wo sind wir hier wissenschaft man du bist 27 minuten zu spät allerdings scheinen meine berechnungen aufgrund von kuhdehydrierung und falsche differenzierung etwas ungenau gewesen zu sein darum sagen wir einfach dass du genau zur richtigen zeit kommst ich heiße bin genau dich brauche ich ich habe deine ankunft auf meiner kalkulator berechnet auf deinem was ich bin hier nicht zu ruhen es ist zeit für wissenschaft ich brauche sprengstoff macht den karren voll damit und bring ihn wieder zurück okay meine schätzung zur folge wirst du dafür ist 21 minuten und 37 sekunden brauchen damit kann hier ganze folge füllen ach schon sonst liege am ende sonst liege am ende noch falsch okay auch geil gedeutscht das muss wahrscheinlich aus dem äh hier DLC sein laden kann mit fessern voller sprengstoff okay jetzt muss ich sprengstoff finden so dann suchen wir mal was bestimmt irgendwo irgendwo muss ich welche finden also hier hatte ich auch irgendwo mal in einer der ersten folgen äh welche in die luft gejagt haben wir schon mal eins ja hier zurück zu win jetzt haben wir wieder ganz schnell gefunden ein fass reicht für den ganzen wagen so nee hier war das katapult hier war das richtig genau so da muss ich hin so kontrollpunkt nice endlich nun zum nächsten schritt hör mal ich weiß deinen enthousiasmus ja zu schätzen aber ich bin nur wegen des schnellen geldes hier warum sollte ich mich um irrische dinge wie geld kümmern wie wäre es damit also ich kann nicht glauben dass du nicht annähernd aufgeregt bist ich weiß nicht was zum teufel das ist soll dieser knüppel etwa freude auslösen du wirst bald freude verspüren dieser knüppel ist eine gebuse das ist buchstäblich die zukunft des waffenbauts cool 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 mein kalkulator ist cool das muss ja auch sein sonst überhitzt er meine akibuse ist nicht cool sie ist unglaublich bahnbrechend überzeugt sich selbst nutze sie wie eine armbrust aber achte auf den rückstoß dieser die fässer dort drüben ok jo nice oh man krass oder diese fässer sind jetzt geschichte aber warte da ist noch nicht alles Claude wir brauchen dich hier Claude eine anspielung an äh GTA 3 Claude nennt er mich Claude Claude ist mein freiwilliger helfer versuche auf diesen schild zu schießen ich hoffe dass sich meine gestoßimpulse die diagramme letztendlich als korrekt herausstellen die bitte ein schossimpuls egal schieß einfach auf ihn schieß mit akibuse auf Claude äh das ist nicht Claude ok heilige scheiße was ist das denn für ein ding bei der entwicklung dieser waffe wurde keine scheiße eingesetzt oh nein meine arbeit ist rein dieser prototyp kann die gehören wenn du mir hilfst seine fähigkeiten in der praxis zu testen meine berechnung zufolge sollte die in der lage sein eine richtige rüstung zu durchdringen und jetzt los betreibt etwas wissenschaft für mich oh ich werde verdammt nochmal wissenschaft betreiben glaubt mir so richtig genug schaden empfangs level 3 zu erreichen wirst fahndungs level 3 ich habe voll die geile idee voll die geile idee gerade wie geht ja ausdauer ist mein arsch natürlich boah aber ich freue mich jetzt total drauf ey einfach mal eine schusswaffe geil so vorne müssten wir eine wache haben so da ja so den erschießen wir jetzt und ja man ja man komm her komm 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 nice den brauchen wir nicht damit das ist ein das ist noch auf wo so für einen ritter mit der huse wo haben wir die akkabuse jetzt da müsste jetzt ein ritter kommen da haben wir einen ritter nein ich habe gedacht ich schaffe noch rechtzeitig das kennen wir alle schon aber dann nehmen wir das jemand mit und benutzen den gleich nochmal ich darf das immer auf abladen ja aber hat nicht funktioniert warum nicht nur ein bisschen abstand funktioniert nicht schade so dann machen wir das auf diese art so kommen wir noch mehr da kommt einer so du bist kein ritter so hänge deine verfolger ab nein jetzt muss ich schnell weg schnell den hier ja ein fahrer los nice die ritter sind schon mal weg so jetzt brauchen wir aber ein pferd und pimperhorst ist irgendwo so hier war doch mal irgendwo eins oder nee das hier gibt's kühe tut weh sehr geklaut so warte 5 ja sind wir richtig nice fährt um lackiert so jetzt zurück zu winden ja dann ja dann ja das bisschen zu schnell gerade aber da wären wir schon und waren meine berechnung korrekt und wie konzentrierte kraft des geschosses die metallische substanz umwandeln ja ich wusste es muss meine beobachtungen auswerten die akibuse gehört jetzt dir wie versprochen wirst du dieses zittern was du entzittern das ist die brechende bahn du weißt schon wegen meiner erfüllung sie ist bahnbrechend scherze sind ein weiteres meiner fachgebiete ab jetzt mache ich mich wieder an die arbeit nice hm drücke eh um viermal abgebunden für 40 gold zu kaufen ja ah 15 ist maximum ok ja kann ich von dem jetzt nicht machen schade noch hier so dann machen wir den einen noch und dann gibt es ab der nächsten folge weiter mit hier mit der haupt story so tot am strand nimmst du das was du suchst unter den toten moment mal du bist nicht einer von den peach boys trotzdem siehst du auch als wir hast du irgendwie schon vor perfekt für den job es gibt einen typen der immer wieder mein lieblingsgeheimnis hinterher ja hier trage das und mach ihm angst scheiße wenn sie wird es mit dem tanzug ja man ich bin der sender man ja nice das ich schrecke den nachbarn indem du tapp drückt um menschen zu erschrecken musst du eine sende bei dir tragen ja man ja man ich bin einfach mal der tod ich bin einfach mal der tod wow du bist gut ich hab von hier aus gehört wie er in die hose gekackt hat sag mal willst du noch ein wenig kohle machen es gibt eine überaus laute banditentruppe die beach boys sie hängen rum in der nähe des ufers und belästigen wahrscheinlich einige deppen es wäre wohl schwierig mit ihnen zu arbeiten beispielsweise bei der beschaffung von leichen und so dingen habe ich mir sagen lassen nicht dass ich etwas wüsste bestrecke sie gehörig ok ab zum beach boys gesundheit warte kann ich jetzt auch so darunter auch noch ein hofen nice 7 von 20 hofen gesammelt sehr geil da haben wir hier übrigens wieder warten wir haben wieder 0 und die sense braucht schon viel wie viel ausdauer so da wären wir schon am strand heimschirme hier ich bin der tod hör auf die bewohner des dorfes zu belästigen was zum teufel ein freak wir werden nicht darauf hereinfallen wir sind nicht dicht ich glaube je toter du bist desto bin ich du wirst eine nacht für die anderen sein aber nein boah wie scheiße ist das mit dem zu kämpfen kommt hier nochmal ja komm so dann klauen wir dieses pferd so 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 und dann reiten wir mal dahin so 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 mal ab aus versehen Ja, das kennen wir schon. So. Aua. Oh. Dann machen wir mal das. Und. Ach, nö. Na, weißt du, was? Oh, nö. Nun muss ich, ich meine, jetzt muss ich ein paar Banditen finden und ihnen wirklich Angst machen. Erschrecke die Banditen, die du in die Tat drückst, um Menschen zu erschrecken. Musst du eine Sendel bei dir tragen? Ja, wo haben wir die Sendel da? Ja, ist ja nicht weit. Dann gehen wir mal da rüber. Hi, ich bin hier, um dein Leben zu nehmen. Ah, das hat unsere Jungs rumgebracht. Ja, Mann. So, und? Auch nicht nah genug dran. Hallo. Also, ist das wahr? Rent um euer Leben. Es ist der Tod. So, und da oben noch. Ja, hier. Ah. Hm. Den kann man nicht lesen, ey. So. Weiter zurück zum Totengräber. Ja, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein Pferd. Ja, da haben wir eins. Komm, bitte deinen Blitz. Was macht er da? Ich drück gar nichts. Ja, Mann. Blitz. Dann schauen wir mal, ob wir den vielleicht doch noch irgendwie rot färben können oder so. Und? Wie lief es? Ich habe es geschafft, meine Rolle durchzuziehen. Denen ist das Lachen vergangen. Fantastisch. Hier ist das Geld. Du kannst auch das Kostüm behalten. Steht dir echt gut. Nice. Ein Skillpoint und zwar eine Poliergold. Nice. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir den hier so, wie der ist, da abgeben können. Boah. Das war nicht gut. Ich schaue mal, ob ich nicht da vorne vielleicht auch noch ein bisschen Leben aufladen kann. So. Aber wir wechseln wieder auf Schwert. Ja, okay. Hier gab es Gold. Hauptsächlich. Und ein neues Schild. Dann ab zum Pferdetrainer. Hier gibt es wieder eine Armbrust. Nice. Nee. Komme ich da jetzt nochmal hin? Irgendwo. Da. Disneyland. Ich brauche einen roten Ritz, mein lieber Fänger. Je röter, desto besser. Ja, okay, dann. Ah, hier. 0815 Pferd und wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pferde. Brauche ich noch. Und dann bekomme ich hier drei insgesamt. Okay. Ich glaube, ich habe es verstanden, wie es bei dem ist. So, dann muss ich hier nur runter. K2 drunter. Und dann da. Dann fern wir das Pferd mal um. Vielleicht kriegen wir einen roten. Einen roten Blitz. Keine Gegenstände aufgeben. Dann müssen wir, glaube ich, hier hin. Um Pferd umzulackieren. Ja, hier hin. Der ist jetzt eher dunkelgrau. Und jetzt ist er wieder weiß. Brauchen wir aber einen roten. Das ist braun. Wieder weiß. Ah, dann scheiß drauf. Dann scheiß drauf. Ich will jetzt nicht mein ganzes Geld dafür ausgeben. Hier, äh. Um ihm einen roten Blitz zu organisieren. Vielleicht finden wir irgendwann mal eins. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen speziellen Fundort oder so. Wo es den roten Blitz gibt. Aber jetzt will ich erst mal hier oben irgendwo gar... Hatten wir ja mal was gekauft. Ich weiß hier noch. Und dafür schon mal die Einnahmen holen. Müssten doch hier irgendwo gewesen sein. Ja, hier. Irgendwo da. Yo. Das ist eine ordentliche Summe Geld. 575 Poliergold erhalten. Nice. So, dann sind wir auch schon bald bei den 5000. Die wir brauchen. So. Dann... Sind wir schon mal wieder hier. So. Leiche an Leiche. Hör mal, die Leute sterben einfach nicht mehr so wie früher. Wir hatten in letzter Zeit keinen Krieg, keine Seuchen. Nun, wo es die Beach Boys nicht mehr gibt, werde ich womöglich mein Geschäft schließen müssen. Es seiten eine unsichtbare Hand des Marktes wird mir irgendwie helfen können. Ich wette, das ist dann mein Auftritt. Stimmt. Jemand wie du, der problemlos die Nachfrage für meine Dienste steigert. Töte zufällige Menschen, äh... Dann will ich aber das hier anziehen. Ja, Mann. Töte zufällige Menschen, da haben wir einen. Ja, Mann. Zwei haben wir schon. Nice. Komm her. Na, komm. Den haben wir auch noch. Nein, nicht die Pferde. Jetzt schnell irgendwas, um Leben aufzuladen. Nein, hier sind wir falsch. Da vorne gibt's doch was. Genau, hier war... ... der Kuchen. So, wo haben wir die Sense? Jetzt müssen wir wieder... ... den hier. Nein. Nein. Falsche Tasse gedrückt. Oh. Nein, Pferd klauen. Jetzt brauchen wir wieder Leben. Ach ne, was ist das denn bitte für ein Pferd? Ah. Ah. Oh nein, 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 schnell. Wir brauchen einen Kuchen oder so. Nein. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.